Da hinten ist Mildeberg. Der ist gerade relativ frisch ausgeschildert worden, glaube ich. Oh, nice! Alles gut? Ich habe hier in der Odenwald-Spessart-Gegend noch zwei weitere Tage vor mir. Oh, Rumpel! So, Einhorn-Trail. Da weiß ich mir fast vor wie am Königstuhl. So, heute im, naja, eigentlich nicht mehr im Odenwald, genau genommen im Spessart auf der Nordseite des Mains. Aufrichtung. Jo, hier kleine Kletteraktionen zum Anfang. Also die erste Kletteraktion war gerade auf dem Bike aus Schweighoch. Und jetzt sind wir angekommen am Hunnenstein, Grenze Spessart zum nördlichen Odenwald. Groß Heubach GH1 fahren wir heute. Da unten muss irgendwo Mildeberg sein. Und mit dabei Florian von den Trailstürmern. Hi! So, irgendwo hier muss der Trail losgehen. Ah, ne, hier rechts. Gleich mal verrascht. Eher schwer zu erkennen hier teilweise. Hunnenstein schnell, glaube ich. Ach, schade, das war's schon mit dem Felsen. Der ist ja gerade relativ frisch ausgeschildert worden, glaube ich. Oh, Rumpel! Oh, Camper! Rot-schwarz stand der jetzt. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Äh, war da ein Schild? Ja, eigentlich nicht, ne? Ja, dann fallen wir geradeaus weiter, oder? Ja. Wenn das Garmin gerade aussagt. Ah shit ey, aber das sieht auf jeden fall nach Trail aus da. Ja ja hier ist auch ein Schild. Oh nice. Oh nice. Cool, hier haben wir so ein kleiner Lockdown. Nice. Das finde ich so sehr cool. Ja, so rot-blau jetzt. Okay, es wechselt auch nicht mehr. Oh, da hätten wir auch links fahren. Ach scheiße. Haha, sorry. Ich muss eigentlich toll gucken, wo es lang geht. Das ist der untere Teil vom S-Hardrail. Der soll glaube ich bei der neuen offiziellen Strecke nicht mehr dabei sein. Also keine Ahnung, es lohnt sich hier lang zu fahren. Aber wir gucken mal. Ja, ich habe gerade aufs Garmin geguckt. Okay. So, kleines Maneur gerade. Jetzt geht es hier links nochmal ordentlich hoch. Und er gerade wieder so. Geil. Ordentlich steiles, recht langes Stück hier. So, ein bisschen schieden. Muss sie doch sein. Ich habe hier in der Odenwald-Spessart-Regen noch zwei weitere Tage vor mir. Mühlengeberg und so. Ja Leute, hier ist Strel. Seht ihr das auf dem Schild? Mal gucken, es sieht noch recht neu aus. Mhm. Okay. Oh, Rumpel. Ja, da waren wir ein bisschen langsam jetzt für. Den muss ich zu droppen. Interessant, was du hier gemacht hast. Und jetzt suchen wir den nächsten Trail. Den Einhorn-Trail. Ah, hier. Das ist auch ein Schild. So. Einhorn-Trail. Alla Hopp. So, der müsste jetzt auf jeden Fall auch runter gehen, nämlich. Okay. Bisschen Pinkel hier schon. Oh, was ist denn hier los? Hä? Soll das... Ist das hier zu oder... Ne, das ist nur verrutscht, glaube ich. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob das irgendwie abgesperrt sein soll. Was ist Zeug hier? Nice. So, weiter geht's. Einhorn-Trail. Oh, nice. Cool. Okay. Das ist schon ein ganz cooles Ding. Oh, das war ein kleines Gap eigentlich. So langsam. Oh. 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 Schon recht. Steine ist hier das Ganze. Die Schoße. Das Ganze geschischt. Ja, geil. Oh, das ist ja fast vorwiegend fünf Stunden. Cool, ey. Cool, ey. An der Hofke Do not train hier geht es weiter der ist auf jeden Fall ausgefahrener um besser zu sehen, wo es lang geht oh cool, was ist das? geil geil das war cool, oder? ja gut ich mache jetzt auch meinen Dämpfer auf ich hätte den Dämpfer wieder in der mittelstellung aber auch schöner trail da mache ich vor allem hinterher der ist geil, der Döner trail macht Laune oh shit hier ist recht flach aber sieht schön aus geil, das geht immer noch weiter der ist ja voll lang hier der Döner trail ist immer sehr überraschend weil die anderen waren alle so kurz relativ kurz mal das Ding yo yo Kloster Engelsberg da auf dem Hügel in der händischen Mildeberg Klingenfahrt ich glaube der ist irgendwie nicht mehr offiziell Teil der Runde aber ja wobei da auch ein Schiff eigentlich nice boah hier sind leider Mucken schnell weg die fuhr die die